Basti, was hast du? So, wir erinnern uns alle an eine fantastische App, die Leo gepickt hat, die eine der besten iOS-Apps ever und zwar ist das Footpath gewesen, eine App, mit der man auf dem iOS und ich meine das ernsthaft, ich meine das Leo erinnert sich nicht. Völlig im Ernst. Da hast du euch ja Basti letztens nach dem Namen gefragt. Ich habe die damals bei dir entdeckt und ich benutze die regelmäßig, weil die ist wirklich fantastisch. Das soll jetzt gar kein Pick für Footpath werden. Nur nochmal eine Honorable Mention. Also man kann dort auf einer Karte, kann man Wege einzeichnen. Die App kümmert sich so ein bisschen drum, dass die auf vorhandenen Straßen und Wegen passiert. Das heißt, es ist deutlich einfacher Sachen zu machen und warum ich diese App benutze ist, ich plane gerne vorher, wenn ich irgendwie laufen gehe und jetzt nicht die Hausroute nehme, plane ich gerne vorher, wo ich jetzt langlaufe. und das ist relativ schön damit zu machen, weil man da auch, wenn man jetzt gerade nicht am Rechner sitzt, relativ easy sowas einzeichnen kann und dann kümmert sich die App drum und dann fällt hinten nachher ein GPX-File raus, dass ich mir dann normalerweise immer gerne auf meine Garmin-Uhr stecken kann, weil die dann Navigation macht, dass ich, wenn ich mal wieder irgendwo bin, wo ich mich nicht auskenne, dass ich mich nicht komplett verlaufe. So, jetzt so schön, so gut. Garmin hat eine Möglichkeit, GPX-Dateien zu importieren, die man dann auf absurde Weise konvertieren kann in Strecken. Man kann das auch in deren gruseligen Webinterface machen, das möchte man aber nicht unbedingt, wenn man es nicht, wenn man es vermeiden kann. Außerdem funktioniert das natürlich nur auf dem Rechner. Jetzt nehme ich also einen GPX-File von Footpath, möchte das bei Garmin hochladen und dann sagt mir Garmin, die hast du schon hochgeladen. Dann sage ich mir, nein, die heißt auch anders. Und die Webinterface von Garmin sagt bei jedem Footpath-GPX, das hast du doch schon hochgeladen. Langsinn und her mit dem Support stellt sich raus, Garmin erwartet, dass eine GPX-Datei, die man hochlädt, dass die dort, dass da Timestamps drin sind. Dass da ein, weil das eine Aufnahme eines bestehenden Laufs sein muss und das machen die die Files von Footpath nicht. Was braucht man also? Wir brauchen also einen Online-Service, der mir für den Garmin-Upload Zeitstempel in eine GPX-Datei reinhängt und da gibt es natürlich einen wundervollen, eine wundervolle Web-App dafür. Da kann ich eine GPX-Datei hochladen. Das ist die erste Web-App, bitte. Die ist es noch nicht. Zwei Links in diese im selben Dokument. Pokémon Go heißt die. Genau, die heißt GoTo's GoTo Go Okay, das ist ein absurdes Konstrukt, das immer fantastischer wird, muss ich sagen. Auf jeden Fall in einer ziemlich gruselig aussehenden Web-App kann ich kann ich über die anderen Sachen reden, die die machen. Es ist wirklich auch es sieht scheußlich aus, aber es tut ganz genau das, was man möchte. Ich wähle also eine Startzeit aus, wann ich angeblich bloß gelaufen bin, wähle die GPX-Datei aus, sage, wie schnell ich gelaufen bin, also wie viel kmh ich gelaufen bin und dann baut mir dieses Teil hier Add Timestamps to GPX-Files, genau, das ist das wundervolle Tool, um das es geht und dann baut mir dieses Ding einfach Timestamps da rein und oh Wunder, ich bin plötzlich in der Lage, das Ding bei Garmin hochzuladen. Gut, aber du bist auch, dir ist schlecht und du willst weg und so. Ich könnte dir Alternativ zeigen, wie das die Web-Oberfläche bei Garmin aussieht, um solche Sachen zu planen, da würde ich mir eine iPhone-App wünschen, die gibt es aber halt nicht und deswegen ist das immer noch mein favorisierter Weg, weil ich halt oft irgendwo sitze in der S-Bahn oder keine Ahnung, irgendwo im Arsch der Welt und mir dann denke, hm, wenn du da und da bist, da könnte man doch sicher gut laufen gehen und fange dann an, Info-Path mit das Ding zu planen. Und ich möchte das ungern nachher in Garmin Connect nachplanen. Und deswegen gehe ich diesen Weg, ähm, ja, weil das halt so ist. Ähm, jetzt, äh, bin ich schon ein paar Mal über ein anderes Problem gestolpert, angenommen, ich habe jetzt nicht meinen Track bei Footpath gemacht und dann hier konvertiert und dann hochgeladen und so weiter und so fort, sondern ich sehe bei jemandem in Strava, das ich inzwischen, ähm, öfters benutze, als ich mir das zugestehen möchte und inzwischen so ein bisschen verstehe, warum Leo das so toll findet, sehe ich also bei anderen Leuten, dass die da und da gelaufen sind und denke mir, das ist eine ziemlich schöne Strecke. Die würde ich auch gerne laufen. Die hätte ich gerne auf meiner Garmin-Uhr als Ding, als, äh, Track. Und dann stehe ich vor Strava und sage, ich hätte das gerne als GPX-Track. Und dann sagst Strava, nö. Und da gibt es ein Bookmarklet dafür, ähm, das Strava, Strava, ähm, Dinger mir einfach zu GPX-Tracks macht. Das ist komplett unspektakulär, muss ich gestehen. Also es ist einfach ein Bookmarklet. Ich bin auf irgendeinem Strava-Kurs, drücke auf dieses Bookmarklet und so ein Ding kommt hoch, das mir sagt, was hättest du gern? Ich sag, yeah, GPX-Me und dann lädt er mir diesen GPX von diesem Strava-Track runter und alles ist wunderbar. Ich kann es wieder zu Garmin hochladen und da sind auch alle Timestamps schon drin. Das heißt, ich muss das nicht nochmal durch das Tool durchjagen. Und, ähm, dann bin ich glücklich und hab alles hochgeladen. Ähm, und da jetzt meine Frage zu dir, Leo, wie bringst du denn dein Zeug zu Garmin hoch? Ähm, ich, ich bin gerade noch verwirrt, ähm, dass man das nicht als GPX exportieren kann. Siehst du total verwirrt von dieser Website? Haha. Ähm, ich hab noch eine Frage vorneweg. Okay. Wenn du, wenn du diesen, äh, Track mit der Timestamp versehen hast und dann bei Garmin als neue Aktivität, du hast auch Garmin natürlich mit Strava verknüpft. Korrekt. Und wenn du diese neue Aktivität hochlädst, dann schiebt dir die, dann muss ich sofort zu Strava gehen und sie löschen. Okay, darauf, das wollte ich nämlich nachfragen, weil ich seh mir, wenn du jetzt sagst, das verstehen die, versteht alles von allein, das ist kein Problem. Weil das ist nämlich der Witz an der Sache, weil ich, das, da, da, da muss ich schon so viel rollende Augen rollen. Also, weil das Problem ja eben, dass du, dass du diese Route nicht in Garmin reinbekommst, ohne zugleich Garmin, dass Garmin glauben zu lassen, es sei eine von dir schon absolvierte Route, was dafür, dazu führt, dass diese Route eben als absolvierte Route in Strava landet. Eine teuflische, teuflische Verknüpfung von Sachen. Also, was man dazu sagen muss, man lädt bei Garmin keine Route hoch, sondern man lädt eine Aktivität hoch und konvertiert die als Route. Es gibt keine Möglichkeit, einfach eine Route hochzuhalten. Genau, was absurd ist. Das ist leider wirklich total absurd, das ist auch total schade, weil ich verstehe, ich verstehe ernsthaft nicht, wie man als, als Firma, und wir erinnern uns, ich hab ja über Garmin schon viel geraged, aber ich, ich, ich liebe dieses Produkt wirklich, also diese Uhr ist wirklich fantastisch. Ich verstehe nicht, wie man in eine Uhrnavigation einbauen kann und dann keine Möglichkeit bieten kann, zu sagen, ich hätte gerne einen Track, den ich da reinladen kann, sondern dem User nur die Möglichkeit gibt, über ein internes Tool Tracks zu malen, weil es gibt ja so viele Möglichkeiten, wo man Tracks herbekommen soll. Also sollte es gypsies.com sein oder gpsies.com, wie man es auch aussprechen mag, wo man sich was runterladen kann, aber ich muss es immer als Aktivität reinladen, dann muss ich es aus meiner Aktivität, nachdem ich es konvertiert habe, aus meiner Aktivitätenliste wieder rauslöschen, weil das uns meine Statistiken verfälscht und dann natürlich nochmal aus Strava rauslöschen, weil es automatisch nach Strava gepusht wird, jede Aktivität, die man drin hat. Aber auch nochmal ein ganz anderes Thema, automatisches Aktivitäten-Tracking nach Strava mit, ach Gott, könnte man auch nochmal lang drüber reden. Aber nicht mit einem E-Bike fahren wollen. Ich will doch mit einem E-Bike fahren. Aber nicht mit einem E-Bike fahren wollen. Ja, weil Strava E-Bikes sind alle rausgeschmissen. Also dieses, also das, okay, das habe ich alles verstanden. Aber ich meine, der zweite Punkt, verstehe ich nicht, warum du diese GPX-Konvertierung brauchst. Aus Strava heraus. Weil ich keine Möglichkeit gefunden habe, mir den Track runterzuladen. Wenn du mir jetzt sagst, es geht so und so. Aus der App? Oder aus der Seite? Egal. Also wenn du, du siehst eine Route von jemand anderem, die du gerne nachlaufen oder nachfahren würdest. Ja. Und in der Hauptansicht, wenn du jetzt irgendeine Route mal auswählst. Ja, ich bin gerade hier auf Leo Becker Run, Hill repeats im Regen. Ja, nicht zu empfehlen. Das ist interessant. Wenn ich jetzt Premium hätte, könnte ich es runterladen. Ah, okay. Dann ist das, ja gut, quack, quack, quack. Also das Bookmarklet scheint sich zu lohnen in dem Moment, in dem man keinen Premium-Account hat. Und dann kann man das nämlich machen. Ja, weil bei mir, das hat mich gerade, das wollte ich dich nämlich fragen, ob das, ob das deshalb, ob es bei dir nicht entscheidet, weil ich, in der Kartenansicht ist einfach der GPX-Button. Ja, der Knopf ist da. Ich wusste nicht mehr genau, also auf dem Smartphone habe ich es nicht gesehen. Ja, da gibt es auch nicht. Da habe ich die Möglichkeit nicht gefunden. Gibt es auch gar nicht. Auf der Webseite, gut, ich habe ein Bookmarklet, damit ist es auf der Seite eh gestorben, in der App eh gestorben. Aber ich war auch halt nicht in der Lage, das runterzuladen. Ich wusste nur nicht mehr genau, so eine Premium-Unterscheidung ist, weil wir sind ja sonst relativ großzügig, was du ohne Premium bekommst. Aber das sind dann so diese Kleinigkeiten, an denen es dann scheitert. Und sind wir ganz ehrlich, das braucht man sehr, sehr, sehr selten. Also das ist schon, das ist okay, dass das in Premium drin ist, da wäre mir ein Zweifel Latte. Also das ist tatsächlich jetzt ein Feature, das braucht man nicht so oft. Die Timestamps sind ja auch nur deswegen nötig, weil sie meinen, es muss eine Route sein, die du schon gelaufen bist. Ja? Ja, das kommt nicht. Die du zu einem Zeitpunkt schon gelaufen bist. Wenn sie irgendwie ein Feature bauen würden, importiere Route, die du noch laufen willst, dann könnten sie natürlich einfach den Track so nehmen. Das wäre auf Garmin-Seite sehr klug. Dann schreibst du den. Aber hey. Was du auch machen kannst, theoretisch, was aber nicht weiß, ob das funktioniert, dann ohne Premium, ist, dass du, wenn du in der Routen Hauptansicht auf den Schlüssel, den Werksschlüssel klickst, den Button mit dem, und dann kommt bei mir Route erstellen. Ja, kommt bei mir auch, aber dann habe ich die halt in Strava drin. Und dann kannst du die aber exportieren. Das ist spannend. Wenn du die angelegt hast, das wäre lustig, wenn das dann auch ohne Premium geht, dass du die auf dem Weg, also wenn du dir jetzt eine neue Route erstellst und dann die Route private, save, view my route, export. Sehr gut. Geht's? Das geht auch. Ach ja. Das ist ziemlich gut. Sogar als TCX für Garmin. Ja, ja, genau. Und das ist super, weil die TCX-Dinger, ich weiß nicht, ob die Uhr, aber die geben dir ja dann auch Abbiege, Hinweise und alles. Ja, ja, das machen die GBX-Dinger auch. Ach so, okay. Weil die, da gab es ja eine komische Unterscheidung. Nee, das machen die tatsächlich auch. Das geht auch. Ich kenne das alles nicht, aber der Pick war für die Katze jetzt. Nee, nee, also der, es geht immer noch schneller. Es geht deutlich schneller damit. Ich muss meine eigenen Routen damit nicht voll sudern. Von daher ist das alles ganz easy. Genau. Ich drücke also weiterhin auf meinen Strava-Turk GBX, weil ich habe jetzt plötzlich eine Route bei Strava drin, die ich nicht drin haben möchte, weil die Hill-Repeats im Reden werde ich wohl nie laufen. Ja, die ist auch immer noch nicht zu empfehlen. Delete Route, okay. Also von daher einfacher, ist immer noch das Bookmarklet für die Strava-Geschichte und wenn man ein Premium hat, ist es natürlich völlig irrelevant. Dann braucht man es nicht, weil das dann schon eingebaut ist.